Ich möchte, dass Excel eine Summe bildet aufgrund einer Bedingung. Mein Name ist Birmin Lehnherr. Ich stelle den Cursor mal hier hinein und ich schreibe das Wort Altwis. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich nach Altwis gefahren bin, sondern alle diese Fahrten nach Altwis, wie viele Kilometer, sind das zusammen. Die Funktion heisst Summe, wenn. Ich beginne gleich, Summe und hier erscheint es bereits, Summe, wenn. Doppelklick, Summe, wenn und ich sehe, Excel braucht drei Kriterien. Erstens, in welchem Bereich suche ich denn? Zweitens, wonach suche ich denn? Eben nach Altwis. Und natürlich muss ich noch einen Zahlenbereich definieren, denn in diesem Zahlenbereich soll ja Excel die Summe bilden. Also der Zahlenbereich befindet sich natürlich hier bei den Kilometern. Also, der erste Bereich ist, wo suche ich denn? Das ist hier, also bei den Ortschaften. Ich scrolle nach oben, also von der Zelle B5 bis B31. Es folgt das nächste Argument mit Strichpunkt. Wonach suche ich denn? Ich suche nach dieser Zelle hier. Im Moment steht hier Altwis drin, aber das ist die Zelle F5. Und noch ein letztes Argument, also wieder ein Strichpunkt. Und wo sind denn die Zahlen drin, wo die Summe gebildet werden kann? Die Zahlen befinden sich in dieser Spalte hier. Und Klammer schliessen, Enter. Aha, die Summe ist 8. Und wenn ich jetzt hier vorne Rotenburg eintrage, Rotenburg, Enter. Aha, dann sind es 108 Kilometer. Abgeschätzt, da bin ich offenbar etwa dreimal gefahren, das sind dann diese 108 Kilometer. Das war's.